Es hat gerade vier Stunden damit verbracht, die Katze zu begraben. Vier Stunden, um eine Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht stillein. Ach, die war doch gar nicht stillein. Nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie. Und da wir ja jetzt vier Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre doch besser, sie jetzt zu begraben, bis hier einfach auf der sicheren Seite zu sein. Ja, nee, dann haben Sie schon recht, natürlich lieber jetzt. Wir müssen übrigens unseren Wellensittich einschläfern lassen. Ach, wirklich? Bist du alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Ja, jetzt bringen wir morgen zum Tierarzt. Ach, sagen Sie mir, wie schlettert man, dann wärmt sie dich überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes Großbuch über das Einschläfern von Wellensittichen gelesen und abschreibend kann man sie entweder mit dem Buch erschlagen oder sie erschießen. Und zwar genau da, also so hier über dem Schnabel. Ach, genau da? Ja. Ach, sagen Sie ja was. Aber hat Frau Müller nicht hier in der letzten Woche einfach die Toilette runtergespült? Nein! Ich weiß nicht. Ich glaube, du bist ein Typ der immer alles kriegt, was er will. Ich weiß nicht, ob ich dich liebe. Ich weiß nicht. Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! einhe Untertitelung des ZDF, 2020